Maschinenbau, Holzdrehbänke und Brennholzsägen von G-HTEC Maschinenbau. Ob Guss- oder Schweißteile, ob Stahl oder Aluminium, G-HTEC liefert Ihnen kundenorientierte Lösungen für Ihre Werkstücke. Hier wird geschweißt, lackiert und montiert. Alles aus einer Hand. Die Entwicklung und Fertigung hochwertiger Holzdrehbänke steht im Fokus der eigenen Produktion. Eine weltweite Lieferung seit 1975 bestätigt die Qualität, Zuverlässigkeit und das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis von G-HTEC. Die Herstellung kompliziertester Teile stellt für unsere Holzdrehbänke kein Problem dar. Speziell für Brennholzhändler und Waldbesitzer wurde die G-H700 entwickelt. Eine Brennholzsäge mit modernsten Ansprüchen. G-HTEC – Die Innovation im Maschinenbau. G-HTEC – Die Innovation im Maschinenbau.